Okay, ich habe ein Alkoholproblem, aber für immer aufhören? Für immer? Das übersteigt alles, mental und emotional, oder? Aber weißt du, das Gute ist, es muss ja gar nicht für immer sein. Heute reicht erst mal. Nur heute bleibst du nüchtern. Aber was ist mit Weihnachten, fragst du dich vielleicht? Was ist mit den Grillabenden im Sommer? Mal sehen. Jetzt ist erst mal heute dran. Nur heute. Und wenn heute ganz gut läuft, dann kann es auch mal ein Monat sein oder ein halbes Jahr. Es muss nie für immer sein, wenn für immer dir noch Angst macht. Es könnte aber sein, dass für immer sich irgendwann sogar gut anfühlt. Und bis das soweit ist, machst du halt heute.